Wir könnten Ihnen jetzt erzählen, was für eine fantastische Firma die IGC ist. In Hochglanzbildern unsere Referenzprojekte in Szene setzen und dabei mit superlativen Zahlen um uns werfen. Aber ganz ehrlich, das machen doch alle. Bei uns zählen andere Werte. Puh, das ist schwierig. Das ist eine gute Frage. Nur die besten. Gute Luft. Wir wollten ja nur einen kurzen Film drehen. Da müssen wir jetzt mal schauen. Ja, dann eben die Werte in Kurzform. Kann vielleicht dann jemand anderes machen. Vielleicht ja die Chefs. Na klar. Gesundheit, Freiheit, Familie. Und dort gliedert sich alles ein. Wir wollen eigentlich die Mitarbeiter nicht zufriedenstellen, sondern begeistern. Ich sag mal Gott sei Dank, die ersten Typen, die hier in der Firma waren, die waren alle ganz locker drauf. Und jeder, der neu dazukam, dem blieb gar nichts anderes übrig. Hier wird ganz viel Vertrauen in die Mitarbeiter gesetzt. Und es ist ein sehr familienfreundliches Unternehmen. Man sagt dem Chef, man ist schwanger und er freut sich wie ein Schneekönig. Also da sind wir uns einig. Wir wollen halt nicht die Mitarbeiter benutzen, damit es dem Unternehmen gut geht, sondern das Unternehmen benutzen, damit es den Mitarbeitern gut geht. Genau. Denn wer bearbeitet denn all die großen Projekte und sorgt für die guten Zahlen? Naja, letztendlich wir natürlich. Ja und wer genau ist das? Na? Es gibt die Haustechnik, die Architektur, die Bauberwachung und die Außenanlagen. Das war alles? Ach und kochen natürlich. Kochen? Was hat das mit kochen zu tun? Es ist auch eine gewisse strategische Herangehensweise, dass man da denkt, man muss das schon planen, wie man das macht. Und da hat Kochen schon eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Bauprojekt. Und deswegen können, glaube ich, auch Architekten ganz gut kochen. Ähm, ja. Den Kollegen scheint es ja immerhin zu schmecken. Aber wird hier eigentlich auch mal gearbeitet? Naja, ab und an wird auch gearbeitet. Aber eher selten. Also feiern und essen und Spaß ist wichtig. Gearbeitet ist dann schnell. Ob er das mir bringt oder nicht. Das kann er ja dann mit Olaf diskutieren. Machen wir. Nein, mal ehrlich. Gearbeitet wird bei IGC mit voller Power. Besonnen. Zielorientiert. Ausdauernd. Und unsere Mitarbeiter sind dabei mit allen Wassern gewaschen und voll konzentriert. Wir sagen ja, Arbeit darf durchaus Spaß machen. Das führt einfach dann auch zu einer hohen Qualität von den Produkten halt. Es macht Spaß mit glücklichen Menschen zusammenzuarbeiten. Und zwar nicht nur uns, sondern auch Ihnen. Aber lassen Sie sich nicht von einem Imagefilm bequatschen. Überzeugen Sie sich lieber selbst. So, nur genug von uns. Jetzt soll es um Sie gehen. Was können wir konkret für Sie tun? Das ist ein Sieg. Willkommen. Bis zum nächsten Mal. DER